So Leute, ihr wisst ja, ich habe wieder Bock zu streamen, aber leider kein Fortnite, sondern eher FIFA. Und das Ganze werde ich halt auch nicht auf YouTube machen, sondern halt auf Twitch. Warum auf Twitch? Ganz einfach, wenn ich mir die anderen Streamer alle so angucke, jeder hört im Hintergrund ganz entspannt Musik. Und das Ganze ist halt leider auf Twitch nicht, auf YouTube nicht möglich. Deshalb werde ich das Ganze halt auf Twitch machen. Weil ihr wisst ja, ich sage immer wieder, ich bin damals zu Twitch gegangen. Aus einem ganz anderen Grund, ich kann Musik hören, solange ich will, so viel ich will und was ich will. Das Problem ist, Stand jetzt auf YouTube, natürlich sowieso unmöglich, aber auf Twitch, solange du das nicht abspeicherst, alles in Ordnung. Ansonsten kann ich da auch ziemlich schnell reagieren. Das Problem ist, auf YouTube, selbst wenn ich keine Werbung schalte, YouTube geht einfach hin, macht meinen Stream aus. Also aus dem Grund, wer Support da lassen will, guckt einfach bei Twitch. Wobei, der Link ist in der Videobeschreibung und in dem Sinne eventuell bis gleich. Ansonsten haut herein.